Servus, ich bin der Benjamin Edmüller, bin Radlfahrer aus Rosenheim in Oberbayern, aktuell beim Team Heizomat Untervertrag und zur CES Biotechnologie habe ich Kontakt jetzt seit ca. einem Jahr. Die CES Biotechnologie Produkte verwende ich in allererster Linie, um einfach besser zu regenerieren können nach dem Training, nach dem Wettkampf. Da hilft mir ganz früh einfach die Schlafmatte von CES, die ich auf meine Reisen im Radsport einfach immer mit dabei habe und die mir in allen erdenklichen Situationen einfach einen erholsamen Schlaf und eine perfekte Regeneration gewährleistet und sicherstellt, dass ich am nächsten Tag einfach wieder topfit aufs Radl steigen kann. Definitiv, seitdem ich die CES Biotechnologie Produkte verwende, denke ich, kann ich guten Gewissens sagen, dass ich mich insgesamt körperlich widerstandsfähiger und robuster fühle und einfach weniger anfällig für Krankheiten oder sonstige Wwehchen geworden bin. Kör Birthday Kör 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 Vielen Dank.